Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute Schlupsi vorstellen. Schlupsi ist ein Erziehungsprogramm, so könnte man es vielleicht nennen, ohne dass man dafür irgendwelche pädagogischen Vorkenntnisse haben muss. Was mir an diesem Programm halt gefällt, ist die Einfachheit. Es ist simpel für jemanden wie ich, der wirklich keine pädagogische Ausbildung hat, aber wirklich sehr, sehr effektiv. Und deswegen wollte ich euch das gerne vorstellen und euch teilen, weil ich habe selber schon so, so viele Bücher gelesen. Ich habe mir so, so viele Gedanken gemacht. Man hat immer das Problem, man liest ein Buch und kommt dann in irgendeine Situation, wo das Buch entweder das Thema nicht behandelt hat und man sich das nächste Buch holt, oder wo man dann erstmal dasteht und, okay, wie musste ich das jetzt lösen? Ich durfte nicht Nein sagen und das durfte ich nicht machen und dann ist die Situation vorbei. Und Schlupsi ist einfach so simpel gelöst und so wunderbar anwendbar auf ganz, ganz viele Situationen. Das hat mir halt einfach gut gefallen und ich wollte euch das Programm gerne vorstellen. Zwar ist das Schlupsi dein innerer Schiedsrichter. Und das ist wirklich, also vom Pädagogen entwickelt. Das ist ein pädagogisches Konzept und das soll bei der Erziehung der Kinder dazu dienen, einfach das Gewissen zu versinnbildlichen und auch die Moralvorstellung und dann den Selbstschutz. Also es hat wirklich, ist so ein Allrounder, finde ich. Das ist ab vier Jahren. Also Vince kommt jetzt in ein Alter, wo man mit ihm mit Schlupsi arbeiten kann. Und das kann man sowohl im Einzelfall machen, also zu Hause oder auch in der Gruppe. Also natürlich auch im Kindergarten, in der Schule anwendbar. Und ich finde es halt cool, wenn man wirklich beim ersten Kind damit anfängt und das dann sogar frühzeitiger. Die Kleinkinder, die wachsen dann mit Schlupsi automatisch auch auf. Und dann können die Großen das auch schon bei den Kleinen einwenden. Es ist auch wichtig, dass das dann wirklich von der Familie komplett angewandt wird, dass da halt auch andere Leute einbezogen werden. Also dass auch Oma und Opa von Schlupsi erfahren und wissen, wie das ganze Prinzip funktioniert, dass das halt wirklich komplett in den Alltag des Kindes integriert wird. Und das kann man halt auch anwenden, ohne jegliche pädagogische Ausbildung. Das ist wirklich auch so beschrieben und erklärt und aufgebaut, dass man das halt auch schafft, wenn man nicht in diese Richtung ausgebildet wurde. So wie ich zum Beispiel. Wichtig dabei ist aber wirklich, dass man das regelmäßig übt, diese Methode und dass das einfach eine Routine im Alltag wird. Durch Schlupsi lernen Kinder einfach auf sehr spielerische Art und Weise die erlernten Werte und auch Normen im Alltag dann auch anzuwenden und im besten Fall, oder wenn man das halt eine ganze Weile macht, dann auch ohne die Erwachsenen. Also dass sie dann von selbst darauf kommen, okay, das ist gut, das ist schlecht, das ist gefährlich, wie auch immer, kommt immer auf die Situation drauf an. Die Kinder entwickeln so eine eigene Moralvorstellung, was ich super finde. Und was halt auch ein ganz, ganz großes Thema war, was ich jetzt auch ganz oft mit Freundinnen besprochen habe, sie distanzieren sich von potenziell gefährlichen Situationen und Personen. Weil es wird in unserer heutigen Zeit ja immer brisanter, ja, dass Kinder entführt werden. Oder gefährliche Situationen hat man immer und überall, vor allen Dingen, wenn man eine Tochter hat, so wie Svea, die einfach keine Angst und keine Gefahr kennt und keine Schmerzen offensichtlich. Und dann ist es halt gut, wenn die Kinder schon für sich lernen zu entscheiden, okay, ist das jetzt gefährlich? Ist diese Person potenziell gefährlich für mich? Weil wir haben uns mit Freunden schon so oft und so viel darüber unterhalten, ja, wie erklärt man Kindern denn, du darfst nicht mit jedem mitgehen, ohne dem Kind aber Angst zu machen. Das ist ja immer der Punkt. Man will den Kindern keine Angst machen, aber man will ihnen schon verdeutlichen, dass das gefährlich ist. Und mit Schlupsi, finde ich, kann man das sehr gut lösen. Und bei Schlupsi gibt es drei Symbole. Und zwar zum einen gibt es die gelb-rote Karte, die will man natürlich nicht so oft anwenden, denn die benutzt man, wenn das Kind halt offensichtlich, absichtlich ein Fehlverhalten zeigt. Ne, kennt man ja. Sei es Zunge rausstrecken oder was auch immer, ja. Und das Kind verbindet damit negative Gefühle. Und ja, diese gelb-rote Karte verwendet man natürlich nicht sehr gerne und möchte die auch gerne dann schnellstmöglich wieder zurücknehmen, wenn das Kind halt Reue zeigt oder sich entschuldigt hat. Je nachdem, was halt die Situation war. Dann gibt es noch die grüne Glückskarte. Die wird natürlich mit positiven Gefühlen belegt. Und die benutzt man, wenn das Kind natürlich sehr nett war, wenn es selbstlos gehandelt hat, wenn es halt sehr hilfsbereit war. Die kann man dann wirklich ganz, ganz, ganz oft einsetzen, weil man muss dann auch mal schauen, wie viele Situationen es im Alltag wirklich auch gibt, wo man sein Kind mit dieser grünen Glückskarte auch belobigen und belohnen kann. Manchmal sieht man das gar nicht so, aber da gibt es so viele Situationen. Und dann gibt es noch die Trillerpfeife. Die ist natürlich als Warnsignal gedacht und als präventives Warnsignal. Also schon, wenn man als Erwachsener natürlich am Anfang merkt, okay, jetzt könnte das hier in eine etwas verrutschen und nicht so schön werden, dann benutzt man halt die Trillerpfeife. Und später, so ist der Plan, dass dann auch die Kinder das als präventives Warnsignal einfach nutzen können. Ja, Schlupsi, dein innerer Schiedsrichter, der soll natürlich immer mit positiven Eigenschaften belegt sein. Ja, Kinder sollen ihn wie als eine Art Freund empfinden. Es soll nichts Negatives oder Böses natürlich für die Kinder sein und sollte da seine beschützenden auf jeden Fall und aber auch belohnenden Eigenschaften hervorheben. Deswegen natürlich gerne sehr oft die grüne Karte benutzen und hoffentlich nicht so oft die gelb-rote Karte. Und wichtig ist, dass Schlupsi wirklich in den Alltag integriert wird und dass das einfach dann täglich stattfindende Rituale sind und sich halt selbst auch daran beteiligt. Dass man dann vielleicht auch mit dem Partner so agiert, dass man sagt, okay, hier Papa, das ist jetzt aber die gelb-rote Karte oder hier Papa, das ist die grüne Karte oder so. Oder, ne, dass man das wirklich auch als Erwachsene dann anwendet. Und das darf man dann halt auch einfach nicht albern finden, weil das hilft einem im Alltag dann so unglaublich weiter, wenn die Kinder auch sehen, okay, Mama und Papa nutzen das auch und dann sehen die auch mal von außen, wie das dann einfach auch wirkt. Aber das ganze System wird ganz, ganz ausführlich im Begleitheft beschrieben und was bei Schlupsi so alles dabei ist, hier ist übrigens Trillerpfeife, was bei Schlupsi alles dabei ist, also die Puppe ist natürlich optional, aber die finde ich halt immer sehr, sehr gut. Das macht es für die Kinder vielleicht noch so ein bisschen ansprechender, aber was bei Schlupsi alles dabei ist, das zeige ich euch mal jetzt. Als erstes hat man da das Buch zu Schlupsi, das Kinderbuch. Damit sollte man auch beginnen, weil das erklärt den Kindern erst mal sehr anschaulich und für Kinder sehr gut aufbereitet, was Schlupsi oder wer Schlupsi ist, wie das ganze System funktioniert im Alltag und alles ist super schön aufbereitet mit ganz tollen Bildern. Also damit beginnt man quasi mit dem Kinderbuch zu Schlupsi. Hier hat man dann das Elternheft, wo wirklich für uns Eltern das nochmal alles ganz genau erklärt ist, wie man damit arbeitet, wie man vorgeht in bestimmten Situationen. Da hat man hier so das Inhaltsverzeichnis, wo es wirklich erst mal um die Grundlagen geht, dann die Rolle des Erwachsenen bei dem Konzept, das Konzept dann halt wirklich auch in der Praxis. Da wird auch nochmal alles erklärt, was ich euch gleich hier an Material auch zeige und dann gibt es ganz viele verschiedene Übungen und Anwendungsmöglichkeiten für das ganze Konzept. Außerdem hat man noch so ein Malbild, dass die Kinder ihren Schlupsi dann ganz individuell noch gestalten können in den Lieblingsfarben und das kann man dann entweder das selbst gemalte oder eins der anderen Poster einfach auch im Zimmer aufhängen, sodass es wirklich immer präsent ist. Man hat hier nochmal einen Schlupsi inlaminiert. Das ist halt einfach stabiler, damit man das super gut im Alltag auch benutzen kann. Na hier mit der grünen Glückskarte und hier der gelb-roten Karte. Dann gibt es noch Sticker natürlich, die man auch wunderbar dann im Alltag immer mal wieder verwenden kann. Und es gibt die sogenannten Kommunikationskarten. Hier haben wir die Karte Du schaffst das zum Beispiel oder auch Danke, wenn jemand sehr, sehr hilfsbereit war, im Haushalt Wolf geholfen hat. Hier hat man Ich helfe dir. Schade, wenn was halt nicht so gut geklappt hat, was natürlich vorkommt. Hier, ne, die Trillerpfeife. Bitte achte darauf, wenn was toll gemacht wurde. Genau, also die sind auch nochmal super süß gestaltet. Und dann hat man hier noch verschiedene größere Plakate. Hier hat man zum Beispiel Wo wohnt Schlupsi? Also es soll jetzt euer Kind versinnbildlichen und die sollen erzählen, okay, wo wohnt Schlupsi? Im Kopf vielleicht, im Herzen, im Magen aber auch, wenn man ein schlechtes Gefühl in einer bestimmten Situation zum Beispiel hat. Das könnt ihr dann super gut mit eurem Kind halt einfach erarbeiten. Dann hat man hier nochmal Wo wohnt Schlupsi? Auch um das halt einzutragen. Und die Kinder können in dem Moment dann vielleicht auch zeigen, okay, wo fühle ich jetzt was? Fühle ich was im Herzen und fühlt sich das gut an? Oder fühle ich was im Magen und das fühlt sich vielleicht gerade nicht so gut an? Dann hat man hier nochmal das große Plakat, was man halt wie gesagt auch ins Zimmer hängen kann. Einfach, dass Schlupsi, wie gesagt, immer präsent ist. Und das hier ist, ein guter Freund ist. Und da kann man das zum Beispiel als Übung nutzen und in diesen Körperumriss einschreiben, was für das Kind einen guten Freund ausmacht. Also, dass die immer nett sind, dass die mit einem spielen, dass die freundlich sind, dass sie einem helfen, dass man halt so was einträgt, halt einfach so die positiven Eigenschaften zusammenträgt. Und das Vorgehen ist wirklich erstmal so, wie ich vorhin schon erzählt habe, man beginnt halt mit dem Kinderbuch, dass man das gemeinsam natürlich in ruhigen Momenten liest, auch mehrmals liest, nicht nur einmal liest, bis das Kind das wirklich verstanden hat. Dann macht man weiter mit den Übungen, die halt im Elternheft erklärt werden. Da ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das halt als erstes lest, um das für euch auch natürlich zu begreifen. Dann kann man, wie gesagt, die Körperumrisse nutzen, die ich euch gerade schon gezeigt habe, für verschiedene Übungen mit den Kindern. Und dann ist es halt wichtig, das Ganze als Ritual in den Alltag einzubauen. Also, dass man sich nochmal abends zum Beispiel mit den Kindern hinsetzt und nach Situationen im Alltag sucht, wo Schlupf sie halt eingegriffen hat, ja. Wo was Tolles passiert ist, wo man zum Beispiel eine grüne Karte dann bekommen hat oder was halt nicht so gut war und wo der innere Schiedsrichter gesagt hat, mit einem negativen Gefühl, dass das vielleicht gerade nicht so gut gelaufen ist. Und das ist dann halt so diese Tagesreflexion. Das muss man dann wirklich auch jeden Tag mit den Kindern machen. Und dann kann man noch, wenn das halt wirklich so alles super läuft, dann konkrete Themen nochmal ansprechen, wie halt Gefahren zum Beispiel, wie halt fremde Personen, die einen mitnehmen wollen zum Beispiel. Und das kann man dann mithilfe diesen Arbeitsmaterialien dann nochmal machen und viel, viel besser auch nochmal thematisieren. Also mir gefällt das Konzept gut, weil es halt so ein Allrounder ist und wo man nicht wieder zu jeder Situation ein neues Buch liest. Ja, man liest ein Buch zum Schlafen und zum Töpfchentraining und dann liest man noch was zur Trotzphase und dann liest man was zur Pubertät und ihr kennt das alles. Man liest so zehn verschiedene Bücher und dann weiß man nicht mehr, okay, was sollte ich jetzt machen, was sollte ich jetzt nicht machen. Und in der Situation, was war jetzt richtig? Nee, man hat halt so ein Komplettkonzept und auch die Kinder lernen Schlupsi halt einfach kennen, lernen Schlupsi kennen. Und das Gute ist dann halt, dass sie es selber auch anwenden können. In der Erziehung, der kleinen Geschwister oder mit den Freunden dann, dass sie dann selber erkennen, okay, was ist gut, was ist schlecht, was ist gefährlich. Also mir hat das System, das Konzept wirklich so gut gefallen, dass ich das gerne mit euch teilen wollte, dass ich euch das vorstellen wollte. Ich verlinke euch die Internetseite von Schlupsi nochmal unten in der Infobox, da könnt ihr euch das gerne nochmal angucken, ob das was für euch wäre. Ich finde es eine super, klasse Idee und würde mich jetzt freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, ob ihr euch sowas im Alltag mit euren Kindern vorstellen könntet, ob ihr Schlupsi vielleicht vorher sogar schon kanntet. Ich kannte es nicht. Meine Mama hat mir da mal einen Link zugeschickt, den sie irgendwo entdeckt hat und ich fand das gleich super genial. Es hat mich sehr angesprochen. Ich hoffe, ich konnte euch damit wieder mal einen neuen Input geben in dem Erziehungschaos unserer Kinder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.